Moin Leute, ich bin's wieder euer Gleidi von Gainicus und heute mache ein neues Review von diesen Amazon Dings da. Angeblich solltet ihr alles können, alles wissen. Wir haben uns heute gedacht, wir probieren das einfach mal aus. Ne, Alexa? So, mit weit leichtem zuerst anfangen, ja? Alexa, wer ist der beste YouTuber? Du nicht, aber wenigstens bist du keine zugedröhnte Schwuppe, die sich die Fingernägel gepinselt. Hahaha. Das stimmt sogar. Alexa, spiel mir was von Julian Ziedlow. Ich finde keine Songs von Julian Ziedlow. Spiel was von Julian Ziedlow. Alexa, spiel was von Julian Ziedlow. Bist du behindert, geh deinem Onkel einlutschen für die Aussage. Hahaha. Alexa, wer ist der maskierte Rächer? Manuel Gleidina, auch Gleidi oder Big Gleit genannt, verbrachte einen Großteil seines Lebens damit, Masse zu ballern und inkompetente Weichflöten auf YouTube zu kritisieren. Nun flammt er überwiegend geile Weiber, aber ballert noch mehr Masse als früher. Wow, das Ding scheint echt alles zu wissen, Alter. Alexa, wie viel Protein muss ich fressen? Du Weichei bekommst doch eh wieder Durchfall, Alter. Haha. Haha. Alexa, wie wird man heftig, Alter? Würde ein dreieinhalb Wochen Programm ballern? Im 38x23 System mit 110% Intensität, du Lappen-Haha-Schwachkopf. Kann man mal machen, Alter. Alexa, was kann ich heute essen? Hauptsache, du frisst überhaupt was, du magerer Hund. Aber von dem billigen Eiweiß ist noch was da, Pudi. Boah, nicht schlecht, Alter, nicht schlecht. Ohne Scheiß. Ich würde mal sagen, der Drivio ist vollkommen erfolgreich abgelaufen. Grönnt euch den Shit und nicht zu vergessen, bei Palmer Nutrition noch ein Abo da lassen. Peace, euer Gleidi. Juhu.